ein freunde und herzlich willkommen zu meinem channel heute feste ich mal das nächste von rockstar und zwar rockstar x durenze x durenze x durenze spricht man so aus x durenze blau energy drink mit blueberry pomegranate pomegranate accii flavor accii flavor also blaubeeren keine ahnung accii flavor es fand ist laudido sieht cool aus so mit dem fast schon so science fiction mäßigen cool richtig schön gemacht ist auch schön kalt das ganze teil hat 284 kilokalorien mal gucken was drin ist schwarze karottensaft konzentrat ok naja gut ok ja dann da ist auch guarana drin b vitamin taurin und so weiter ok testen wir das riecht komisch das riecht komisch ich kann nicht sagen oder es riecht nach alten kaugummi vielleicht so wenn man so ein huber-puba kaugummi ungefähr drei stunden lang gekaut hat vielleicht so riecht das oder dieses dieses süßkram das man auf jahr merken bekommt ja also diese dieser gibt es ja immer so stäbe mit so mit so kleinen pillen drin so süßkram halt wenn man das eine zeit lang zu hause liegen hat meistens ist so ventilator hat er so irgendwas hat man das ein paar jahre zu hause liegen und dann denkt man sich das könnte schon mal so und genauso schmeckt das dann also genauso riecht das wie das schmeckt ok das schmeckt ein bisschen nach aloe vera ja doch ja schmeckt nach aloe vera ich habe noch nicht mal probiert da ging aber mit dem video irgendwas schief ich weiß nicht warum ich werde das noch mal nachholen auf jeden fall und das hier schmeckt genau so das schmeckt genau dieser aloe vera drink lau werden schmeckt ja jetzt gar keine hat schein was immer das sein mag ich mich auch nicht ok bewertung 3 das ist erfrischend und ich glaube das könnte mich auch ein bisschen wach halten nachts so ich muss mal weiter kleines like für den entwickler abonniert mein channel und noch die vorschläge was noch alles testen kann ok als dann gute fahrt jung und Mädels